Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und zwar am 1. Mai. Ja, ich hoffe ihr habt schön in den 1. Mai hineingetanzt. Was liegt heute an? Heute liegt erstmal ein klein bisschen Büroarbeit an. Auch wenn Feiertag ist, muss sein. Bin in der letzten Zeit nicht so häufig dazu gekommen. War viel anderes zu tun, deswegen muss ich hier reinhauen. Und dann gibt es noch etwas ganz Spezielles. Das hat Günther gestern abgecheckt. Wir sind bei Freunden zum Grillen eingeladen. Und bis dahin, wir werden mal schauen, was wir heute noch so anstellen. Also viel Spaß. So ihr Lieben, meine Büroarbeit für heute ist erledigt. Wir werden auch gleich losfahren zu unserem leckeren Grillen, also Mai-Grillen, wenn man das so will. Und bis dahin bekommt ihr jetzt noch ein bisschen was zu sehen. Bis gleich. So, jetzt geht's lecker zum Grillen nach Fein. Ja, und bis wir uns die Bäuche vorgeschlagen haben, bekommt ihr jetzt noch wirklich ein bisschen was zu sehen von unserer Fahrt. Und wir melden uns dann nach dem Grillen wieder. Bis später. Und bis jetzt. Da sind wir wieder, und sind wir Papst satt geworden, Günther? Wir sind satt geworden. Wir wurden schon die Knobgewehr. Also ihr seht, es ist alles. Beim Alten. Beim Alten, Günther ist glücklich. Joannes ist satt. Okay. Wir haben jetzt auch schon kurz vor sieben. Ich beende den Vlog an dieser Stelle und sage, wie man macht was, dann bekommt auch was. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Morgen leider nicht, weil ich morgen ein bisschen länger arbeiten muss. Aber dann ist nächste Woche Dienstag. Ciao, ciao. Wir sehen uns prochain. Wir sehen uns dann! Wir sehen uns dann.